So Leute, wieder da bei Pokémon Feuergrün und ich weiß, dass ich zurück muss irgendwie nach Wurzelheim. So, und da werden wir mal gucken, ob wir Schütze, Schutz, Schutze haben. Ist der jetzt aktiviert? Ja, er ist aktiviert. Okay. Dann rennen wir mal. So, ähm, der Weg, der Weg, der Weg, der Weg ist Black, äh, der Weg ist Black, der Weg ist hier, denke ich mal. War's das jetzt oder nicht? Ja, müsste's gewesen sein. Wir müssen auf jeden Fall nach Wurzelheim und da... Nein, das ist ja nicht! Oder? Ich bin verwirrt. Nein. Äh, Karte. Da geht's so lang, so lang. Okay. Immer weiter nach... Hallo? Äh... Ach so. Äh, ja. Ähm... Alter, warum geht's immer wieder zurück? Auf jeden Fall hier nach rechts und runter, rechts, rechts, immer weiter rechts und immer weiter runter. Und jetzt noch mal den Beutel und das Superschutz und nach da. Dom, 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 Dom. Ja, Zerschneider. Ach so, schön, wenn nicht mehr gefragt wird, ob wir wollen oder nicht. Finde ich echt sehr nett. Jetzt... Jetzt... Äh... Ewig lang hier lang. Irgendwie. Okay. Jetzt sind wir hier angekommen. Gut. Äh... Karte. Okay. Jetzt... Äh... Nach unten, denke ich mal. Ah, die Musik hier drin ist so episch, finde ich. Ich liebe diese Musik, aber leider muss ich schon wieder raus. Ja, Schutz wird nicht mehr. Jetzt ist es mir aber auch, denke ich mal, egal. Nein! Oh. Ah, gut. Und warum lag das gerade hier so sehr? Dum, 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 Dum. Pussyweg, 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 Pussyweg. Ach ja, okay. Gut, ich nehme gerade mit Fraps auf, fällt mir gerade auf, weil, ähm, hätte ich mit Fraps aufgenommen, würde man mich nicht hören, weil ich eben eingestellt habe, dass man mich nicht mehr hört. Irgendwie, wegen irgendwas. Yay, Knoblauchheim! So. Hey, ich habe die Pokémon und das E zurück. Wer bist du und was tust du hier? Hoffnungslos. Gib ihm sein E und lass uns von hier verschwinden. Dem kann nicht mehr geholfen werden. Aber, was ist mit dem Pokémon? Oh, hast du nicht gewusst, dass Freak und ich bereits welche gekauft haben? Wie? Ne, hä? Bin ich jetzt des Oben? Oh, ich bin verwirrt. Wie jetzt? Heißt das, der ganze Aufwand war umsonst? So direkt würde ich das nicht, aber nicht sagen. Ja, es war umsonst. Na klasse, jetzt reicht's. Hier, nimm den ganzen Pokémon-Kram. Du und Freak könnt euch jetzt um dieses Buchstaben-Pokémon kümmern. Ich habe genug von Pokémon. Ich schaue mich in anderen Spielen um. Jetzt habe ich auch mal Zeit reisen. Yay! Und wir sind Freak. So. Ja, mein Glumander. Sehr schön. Level 5. Hey, Freak. Maike will, dass ich dir ihre Pokémon und Items gebe. Yay! Wir haben Pokémon. Freak erhält diverses nutzloses Zeug. Die Pokémon von Maike wurden auf die Box transferiert. So. Ich muss dann jetzt auch wieder. Wenn ich Eiche zu lange allein lasse, fängt er wieder an, das Sofa anzuknabbern. Okay. Da fällt mir noch was ein. Maike hat irgendwas von einem Buchstaben-Pokémon erzählt. Ich kann dir leider nicht helfen. Aber ich habe was im Radio gehört, dass dir weiterhelfen könnte. Es wurde angeblich eine Art Virus auf der Siegesstraße gesichtet. Vielleicht ist das ja dieses Pokémon. Naja, viel Glück. Okay, noch 10 Minuten Zeit. Siegesstraße. Hm. Das liegt westlich von hier. Hinter den Strudelinseln. Aber zuerst sollte ich mir ein paar Pokémon von Maike besorgen. Der PC steht in meinem Zimmer. Okay. Ähm, ja. Wir haben jetzt noch ein Klumander. So. Dann würde ich mal aus Fairness sagen, dieses Klumander gehört mir. Ja. Dieses Klumander gehört mir. Und nicht Talent. Ja. Nein, natürlich gehört das Talent. Party-Pokémon. So. Bewegen. Und Talent. Nein, ich werde das nicht jetzt trainieren. Weil ich keinen Bock jetzt habe. Nur auf trainieren. Ich werde jetzt Story weitermachen. Wir haben ja lang genug trainiert, um diese Tusse da zu besiegen. So. So. Du, du, du. Close Box. Yay. Okay. Und you. Jetzt schaue ich mich auf der Karte um. Ey. Da geht's zur Siegesstraße. Strudeluntergrund. Siegesstraße. Indigoplator. Ich treibe Pfade. Frostbohlen-Siedlung. Okay, dann. Strudeluntergrund. Sollen wir da gehen? Hingehen? Müssen wir erst jetzt alle Arenen machen, damit wir überhaupt in die Siegesstraße rein können? Hm. Das ist jetzt die Frage. Obwohl. Was soll's hier für Dings geben? Für Arenen. So, dann. Nein. Jetzt habe ich beinahe Glomanda am Anfang gehabt. Und das wäre ja nicht so klug gewesen. Tu ich mal meinen Shilok vor. Das ist doch meins, oder? Ja, müsste meins sein. Gegner. Gegner. Yay. Du wärst aber zwei. Ich habe eben schon einen Kampf gewonnen. Toll. Was interessiert's mich? Den Toxer. Boah. Hab ich eine Angst. Dum, 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 dum. Da, what the fuck? Hat es mir eben 32... Alter, sind die Viecher hier stark? Scheiße. Alter, nee. Sind diese Viecher hier übel? Ja. Barriere. Toll. Ach, du meine Scheiße. Oh, nee. Nochmal Barriere. Willst du mich verarschen? Okay. 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 Alter, das ist nicht sehr effektiv und zieht mir 14 ab. 14. So, da wird jetzt mal, dass sie was klären können, bestimmt. Brassierblatt. What the fuck? Schlaf, Bruder. Nicht sehr effektiv. Schlaf, Bruder. Nein, wie daneben? Jetzt aber. Wie daneben? Jetzt aber. Ja. Bodycheck. Hau's weg, die Sau. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Soll ich mich jetzt schnell besiegen lassen? Weil ich komme gegen die nicht mehr an. Komm. Das geht gar nicht mehr. Tausch. Kampfkratzer, los! Ey, das zieht sogar zwei ab. Oh mein Gott. Mann, ist das stark. Tausch. Äh, Konfusion. Ja. Ja. Okay. Jetzt haben wir die Schwäche gefunden. Atsu. Atsu. Ü-Eimeril. What the fuck? Nein. Okay, auf die Idee muss man erst mal kommen. Stärke. Stärke. Konfusion. Scheiße. Was ist das für ein beschissener Gegner. Ich hab nur noch vier Minuten. Willst du mich verarschen? Ähm, da werde ich mal einen Supertrank einsetzen. Ja, ich denke. Das darf ich. Atsu. Ü-Ei. Yay, Nummer zwei ist besiegt. Schillok. Ach komm, wir schicken Tauburger rein. Ach komm, das ist nicht arg, oder? Ruckzuck eb. Erstmal. Daneben. Turbo Dreher, du bist ein Opfer. Wie kritisch. Nix, Turbo Dreher. Nix, Panzerschutz. Wünschst du... Ach, komm schon. Ach, komm schon. Ach, komm schon. Aha. What the fuck? Yay, es ist weg. Es ist weg. Ich geh erstmal heilen. Nicht ganz das, was ich erwartet hatte. Ich geh hier weg. Pfui. Kann ich mich bei der Tussi hier heilen? Och, ja, gut. What the fuck war das? Ähm, ich werd jetzt mal noch einen Superschutz einsetzen. Ich geh sehr sanft damit um. Wir hätten mehr Superschütze haben müssen. Tja. Jetzt sind fast alle weg. Oh, nein. Oh, nein. Nicht nochmal gegen jemanden. Ach, nö. Strudel. Ich geh hier rein. Kacke. Was ist da hier... Was ist hier überhaupt drin? Was ist hier drin? Ein... Freak findet Beleber. Sonderbombom. So. Okay. Er ist runter. Nochmal ein Sonderbombom. Nicht alle aufbrauchen, bitte. Jetzt mal. Lieber mal aufsparen. Und dann... Gescheit benutzen. Wie jetzt? Mal sehen, was hier jetzt passiert. Eine Wasserquelle. Schön. Schutz wirkt nicht mehr. Egal. Ähm, ich werd mal hier gleich mitten auf dem Eis beenden. Weil... Ah, scheiße. So, 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 so. Ja, äh, hier werd ich, denk ich mal, beenden. Ich denk, Spielprinz... Ja, müsste dran sein. Ja, der wird wissen, was zu tun ist, wenn er hier vor dem Stein steht. Und... Also, falls du jetzt nicht bis hierher geguckt hast. Also, dann... Tschö, bis zur nächsten Folge beim Spielprinz. Und, ähm... Nochmal tschö, tschö.